ich guck mal wo die hundes sind ich guck mal So. Oh super, die kommen auch nicht rein. Ja. Ich sag mal ohne Fenster kommst du da auch nicht rein. So, dann müssen wir schweigen der Lämmer, äh, schweigen der Schweine. Ich hab gerade auch gedacht, sollst du sagen, dass da Krähen sind? Ich denke, ne, da hört sie, aber doch vertippt. Ich muss hier und es weiß. 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 So aufhören wegzulaufen ist unverständlich. Ich werde da vor. Ich werde da vor. Falle vor. Wo war noch mal die Treppe da? Falle davor an der Treppe. Leiter. Du weißt, was ich meine. Ach, hier liegt noch eine Falle auf dem Boden. Die nehmen wir doch auch noch mit. Wie wir noch hin tun. Hier ist auch ein Balken davor. Oh, wo ist er da noch hin? Hätte ich hier irgendwo Special Ammo gesehen? Einfach rüberlaufen. Wir sind Schrotti. Der Schrotti hat keine. Stimmt. Ja, Ausgang ist, wo wir hergekommen sind. Nordosten. Das heißt, wir können durch die abgeschlossene Tür davon laufen. Das heißt, wir können durch die Kärinstein aufhören. Hast du dich um mir geguckt? Ich hab nichts gesehen. Ja, das war doch mal ZZ. Zwei für drei Missionen habe ich auf jeden Fall wieder erledigt. Wir müssen jetzt Ost. Alles frei. Hallo. Hallo, Pischi. Cool. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 zwar nicht gerne zum sägewerk aber das ist unser ziel wieder so wie gerade eben oder wieder normal normal ja ich bin lebensmüde ich weiß ja du riskierst unser aller leben letzt mal habe ich vier leute damit getötet ja ich weiß du hast man guten lauf gehabt aber das ist eher die ausnahme ich habe das jetzt jedes mal jemanden getötet oder so abgelenkt dass ihr sie töten konnte ja wir sind aber auch schon gestorben als keine waffe dabei das war ich habe eine waffe dabei was hast du denn da sage ich jetzt mal nix zu warum sagt jetzt mal nix zu mensch wie schutz wieder enden Cain Cain Verwichstes Spiel Ey! Entschuldigung Verwichser PC Ich darf das nicht sagen Ich darf das nicht sagen So, Rosi auch Ich habe keine Waffen Weiter Richtung Weiter Richtung Westen Ich weiß nicht warum ich keine Waffen hatte Aber ich habe gerade keine Waffen Aber ich habe gerade keine Waffen Warte 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 Was sind schon Du warst Lass ja dann sagt das doch er habe ich so nicht verstanden ganz durch die fenster springen weil ich lieber ich höre schüsse im südosten krähen das ist jedes mal anders aber hier war der hunde oder ich wusste das ist der südosten verfolgt alle ja einfach fast wird die fett fett ne wir nehmen den anderen das ist kein doppelflug die tür fast maske und Da oben hast du einen Geldsack. Es ist halt, das können immer nur zwei Leute nehmen. Achso. Ich bin blöd geworden. Da ist noch so ein Opferding. Bitte zu dem Ding. Wir müssen schnell weiter. Ich fand das blöde Ding. Wir haben immer noch Schüsse vom Nordosten. Rainer, ich verstehe dich gar nicht. Du bist lauter. Ja, aber du bist selbst sicherer lauter. Sonst bist du immer lauter. Also gestern warst du lauter als heute. Ja. Gestern hast du auch keine Babysprache gemacht. Schüsse vorne links. Wahrscheinlich beim Entgegner. Ich spreche da auch keine Babysprache, okay? Ich spreche da auch keine Babysprache, okay? Da ist mal eine Minute. Auf dem Weg. Okay. Offensichtlich, welche Richtung Gegner unterwegs? Komm, Karina. Avanti, Avanti. Ich kotze, was du auch mache. Ich bin glücklich. Rainer, leise. Also Entweder haben sie uns schon gehört. Oder sie machen den Gegner nicht. Kann ja sein, dass es wieder so schöne Sitzenleiber sind. Wir sind nicht gerade offensiv bewaffnet. Wenn ich rankomme, ich schon. Na ja, rankommen ist das Problem. Ja. Ich wurde aus dem Server getrennt. Ja, du kannst ein Reconnect machen. Und dann müssen wir gleich einen Pose-Wechsel machen, weil dann stirbt sie ja jetzt. Ne, ne, ne. Schlippt sie nicht. Aber wo Mensch hängt außerdem doch immer beim Spiel noch dazu. Die Kollegen wurde vom Server getrennt. Wow. Nee, du bist der Teamkollege. Ach so. Ich leuchte mal ran, um zu gucken, ob der überhaupt rot ist. Ja. Ausgang ist auf jeden Fall Richtung Osten. Aber ich bin zurück unterwegs, sagt Carina. Ah, das Connect ist weg. Connect ist so neu, Carina? Nö. Naja, okay. Naja, jetzt ist das Connect wieder zu sehen. Ich weiß nicht, was ich tue gerade. Ich habe nichts gedrückt, sagen wir es mal so. Hast du einen schwarzen Bildschirm oder was hast du? Nein, ich habe... Da steht Handschauer und einfach... Du musst das Spiel doch noch schalten. Gehst du da so gerat? Neuverdünnung zum Server. Ja, also. Es ist weiß. Jetzt habe ich so einen weißen Bildschirm, also Nebel. Wollt ihr machen? Ja, kannst machen. Dann bleiben wir draußen. Wer ist es denn? Das Schrottchen, ne? Ich schaue dem einen Ding rein und eine Bombe von mir. Ja. Jetzt kommt da wieder diese Bilder und so andere Sachen. War ich. Beruhig dich mal bis zur Visierin. Carina, was macht der? Er ladet. Ist not. Okay, wir fangen an zu spänen. Wartet auch immer. Ah, verbindet sich erneut, steht jetzt hier. Spiel wird wieder hergestellt. Wir bleiben dann ganz draußen. Verbeigert geht dich. Ah, wird wieder da. Okay, kannst du dich bewegen? Ach, Carina. War ungewollt. War ungewollt. Ja, nicht ungewollt. Das ist scheiße. Er lad die Pistole nach. Lauf ich. War ungewollt. 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 Nicht laufen. So schwer ist das doch nicht, oder? Ich bin auf die Taste gekommen, dann lass die Finger ganz weit weg von der Taste. Konzentrier dich, Carilla. Immer konzentriert bleiben. Die müssen ja nicht wissen, wenn hier noch jemand ist, dass wir hier sind. Nimmst du das Teil? Nicht laufen. Sobald du läufst, hört man dich viel, viel weiter, als wenn du schleißt. Bis jetzt höre ich nichts. Ist keiner da, kommt der. Guck nochmal, oder soll ich gucken? Guck du. Alles frei. Halt! Da zeigt er mir was an, das weiß ich nicht, was ist es. Weiß. Ach, das war Carina, glaube ich. Achso. Okay, wir müssen Richtung Osten. Weil ich hab nichts mehr gesehen. Ich hab nichts mehr gesehen. Ich hab nichts mehr gesehen. Eindeut. K Dave. Oh, 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 oh. alle umblicken kommt ihr bitte rein war das zwei oder was 2. Erfolgreise Runde. Juhu. 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 Ich muss auf jeden Fall jetzt mal kurz auf den Klo. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. Und dann mache ich Essen. Dann kann ja mal gucken, dass man... Naja, für heute wahrscheinlich nicht mehr. Aber für morgen müssen wir dann mal dran denken, das Netzwerkkabel zu verlegen. Oder ich komme gleich erstmal hoch und gucke mal nach den Grafikeinstellungen. Bist du rausgeflogen, Carina? Nö, lade es los. Ey, ich habe Event Kapitel 1 erledigt. Das habe ich schon. Aber ich hatte ja eine Runde, glaube ich, unnötig gespielt oder so, oder? Nö. Ich hatte ja auch ein paar Minuten. Ich weiß nicht. Ja doch, ja. Stimmt. Wartest du? aber du kriegst ja während des events nur oder fast nur ja eine irgendwie ein paar waffen kriegst du aber keine skins jetzt ich lade dich ein karina weil die langsame connection hast ja